Ach, den haben wir ja jetzt schon zerlegt. Hier waren wir ja auch schon oben. Ich möchte gern das Essen. Das ist wie im richtigen Leben. Ich möchte eigentlich immer nur das Essen und dann aus dem Level verschwinden. Ich glaube, da kommen wir so schnell erstmal nicht hin. Wir können ja mal gucken, was dieser Waldweg da auf sich hat und was der für uns bereithält. Ah, noch was zu essen. Stimmt, das habe ich sogar gelesen, glaube ich, auf Twitter, wo ich dann gestritten habe, welche Pizza zuerst ankommt. Ja, ich hatte erst am Sonntag bestellt und wie gesagt, zu häufig, dann geht das Ganze ins Geld. Ich hatte mal Pizzabrötchen. Das selbstgemachte. Von daher geht es halt auch in die Ecke. Und noch ist es hier auch erfreulich ruhig, muss ich ja sagen. Sag ich doch, gestritten. Oh, verdammt er das. Das ist halt bei dem man jetzt, dass man nicht sieht, ob die, oder am Anfang nicht sieht, ob die, äh... ...Schusswaffen die da haben oder nicht. Und Tschüss. Ja, Hunger kommt ab und zu mal vor. Ich war auch ganz froh, nachdem ich da was im Magen hatte. Aber wie gesagt, ich esse ja eh meistens nur einmal am Tag. Von daher... Reichweißen so bis Nachmittag und dann habe ich halt Hunger. Dann habe ich mir was zu essen und dann reicht es halt wieder. Bis zum nächsten Tag. Hier vielleicht noch irgendwas? Ah Gott. War ja klar, dass hier wieder was rausgewuselt kommt. So. Friss das. Ich habe ja so das Gefühl, wenn wir da hinten hingehen, gibt es Ärger. Zumal ganz spontan. Okay, ich habe mich getäuscht. Haben wir hier irgendwas dran? Keine Secrets vorerst? Ja, als Mann denkt schon, nur nicht als Ziege denkt. Hm. Ah, da haben wir wieder Besuch. Na komm. 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 Ich schätze mal, die ist durchgebraten. Die Frau. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Das ist gut, weil das Ding hier nämlich übersehen. Geil mit Türen hier an der Ecke. Nope. Müssen wir vielleicht doch mal da wechseln. Das ist gut. Das plätschert ein wenig. Aha. Besuch. Na komm, hier, Mädchen. Danke. Das frisst halt hier echt wieder viel zu viel Muni. Da an den, wenn du jetzt gerade nicht nach Sieg, das ist mir doch etwas zu weitläufig alles. Ah, hier sind wir jetzt. Okili-Dokili. Vielleicht soll ich doch ein bisschen hier Fersengeld geben. Da haben wir wieder jemanden. Hallo. Komm. Gep. Jetzt haben wir halt schon wieder gleich keine Muni mehr. Wie üblich. Raus, komm raus. Danke. Hier vielleicht noch irgendwas Geheimiges, Versteckiges. Nope. Irgendwo fließt doch hier Wasser. Ach, okay, hier sind wir. Au. Okay. Hier waren wir doch noch nicht. Das kam nämlich jetzt doch etwas unerwartet. Doch in eine neue Ecke gekommen, wo wir vorher noch nicht waren. Auch schön. Kitty. 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 Äh, Kitty. Auch von der Seite. Gut, dann müssen wir halt da hinten drüber. Oh, ne, ist ab dem kaputt war. Ah, genau. Hier die Kollegen noch ausschalten. Alles super. Da steh ich bei rum. Im Nirgendwo. Aber auch später. Genau, mein Versteck. Schnapp uns erstmal hier das Zeug. Danke. Ah, jetzt geht hier der links runter. Der Eingang. Da ist soweit zu. So. Die Herren. Kommst du? Ja. Das hat wieder mehr Leben gekostet, als ich eigentlich gehofft hatte. Schade. Ich hatte zumindest noch ein bisschen Muni gespart. Das ist doch auch was. So, wie machen wir das jetzt hier am dümmsten? Können wir da irgendwo... Na, ich glaube, hier war ja auch einfach nichts mehr. Gehen wir die CDs noch mitnehmen. Und fluchen. Wie kommen wir da hoch? Hm. Ah, jetzt haben wir hier doch ein paar Damen. Au. Ich glaube, das ist doch einfach nur die eine hier, die... Die halt hier die ganze Zeit mit dem Wasser rumruselt. Ja, scheint so. Hier ist nämlich jetzt niemand mehr. Das muss erfröschen. Ja, komm, dann lassen wir die erstmal... Und, äh... Gehen nochmal zurück hier. Hm. Der Chat hat sich wohl gerade aktualisiert. Für verworfene Frames haben wir... Ich glaube, es geht eigentlich. Scheint noch alles einigermaßen zu laufen. Äh, Brücke. Oh, Gegner. Weg. Waffe. Wieso kriegt der mich da noch? Und wahrscheinlich bin ich halt einfach nur gerade ausgelaufen. Kollege, würdest du vielleicht mal drauf gehen? Danke. Und dein... Dein Kumpel auch noch. Ist wohl kein Kumpel da. Kumpel die, Kumpel da. Und wir sind schon wieder extrem schwach, was Leben angeht. Aber wir können hier rüber. Ich habe hier ein wenig Zeug gefunden. Ja, ich gehe lieber mal hier auf den Attack-Bets. Ah, Lebensenergie. Sehr gut. Wahrscheinlich mit Hinterhalt. Das war klar. Komm. Das war eigentlich zu erwarten. Ich traue der Sache hier nicht. Siehste? Zehre liegt. Wetten wir ja noch ein bisschen Muni. Auch das ist gerade sehr gerne gesehen. Yeah. Das sah ja doch gerade so ein bisschen verdächtig aus. Oder war es nur wegen dem... Zeug hier. Sprich Nebel. Ja, hier haben wir leider nichts. Da war ja auch nichts mehr. Oder diesen hinterhältigen Viechern. Ja, zumindest sieht es jetzt besser aus. Als vorher. Wir können... Äh. Zumindest bis zu diesen Bäumchen. Toll. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Weil wegen Gegnern jetzt gleich. Da fängt es schon mal an. Und da ist unser Leben schon wieder hinüber. Die machen aber auch brutal Schaden, die Mädels. So, am besten halt voll draufhauen. Dann hilft es so jeweils der andere Hinterhalt. Okay, da musst du wieder aufpassen. Wir haben nämlich jetzt... ...schon wieder kaum Munition. Ach du Arsch. Okay, ich glaube, mir ist das Spiel mal gerade wieder abgeschmiert. Ja. Ja, wie gesagt, es ist komplett weg. Dann starten wir gerade noch mal neu. Aber wie gesagt, mich jetzt ja eh zerlegt. Kitty. Äh, Kitty. Kling. Kling. So. Jawoll. Flupp. Auf Wiedersehen. Nächster Versuch. Moment, jetzt will auf einmal hier mein... ...Mute-Button nicht mehr. Hat es dich etwa auch zerlegt? Na, starten wir den auch noch mal gerade neu. Es kann sein, dass es vielleicht jetzt irgendwie mittlerweile da ein bisschen Probleme macht. So. Ja, wie gesagt, es ist... ...ähm... ...ab und zu hat es halt so seine... ...ähm... ...seine Problemchen. Zum Beispiel, dass jetzt nur ein schwarzer Bildschirm kommt. Und, äh... ...ja, wie gesagt, es hat halt ein Kumpel von mir jetzt programmiert. Und, äh... ...dadurch, dass halt dann die... ...die... ...Engine wohl auch etwas älter ist. Und, äh... ...das halt über einen Emulator läuft... ...gibt es da immer mal ein paar Problemchen. Jupp, aber ist geplant, dass wir dann... ...Bioshock wieder am Dienstag weitermachen. So, und ich hoffe mal, dass du dich jetzt wieder starten lässt, mein liebes Spielchen. Ja. Sehr gut. Freut mich. He, 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 he. Okay, mach's gut. Ach, komm, Reuspa-Taste. Irgendwie machst du mir gerade ein wenig... ...Probleme. Ich glaube, ich müsste Java mal komplett rausschmeißen. Oder komplett neu starten. Ich glaube, sonst habe ich aber auch nichts, was ich noch im Hintergrund hier... ...laufen hätte. So. Geht ja alles relativ schnell. Okay, es scheint wieder zu laufen. ...als zumindest mal das Reuspa-Ding. Jetzt wird wahrscheinlich hier wieder die Maus nicht funktionieren. Kitty! Ach, he, he, he. Die Sache mit dem... Aber wie gesagt, das liegt noch nicht mal... ...oder, das ist noch nicht mal unbedingt ein Problem von dem Spiel. Das habe ich ja bei einigen anderen Spielen auch. Sobald ich da einmal raustappe, geht halt nichts mehr. Schmieren die direkt ab. Ich sage es mir gerade gerade ab. Vielen Dank.